Herzlich willkommen hier zum nächsten Video und heute wollen wir uns mal anschauen, wie man auf Rathaus 10 mit Hexen ganz, ganz simpel und easy dreiern kann. Die Truppenkombination schauen wir uns natürlich genau an, wie und wo man welche Truppe hinsetzen muss, damit das funktioniert, welche Truppen in die Mitte gehen müssen zum Rathaus und, 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 und. Eins kann ich versprechen, Dreier, Dreier, Dreier. Also viel Spaß, bis gleich. So, jetzt wollen wir uns doch hier mal den Fight ganz einfach anschauen und auch mal einen kleinen Moment Pause klicken. Jetzt 1 Minute 38 ist hier übrigens Lieblinge mit Hexenspam über diese Base gerannt. Ganz einfach, drei Golems, ein paar Hexen, ein paar Bowler. Die genaue, äh, Varianz könnt ihr euch selber aussuchen. Hier haben wir jetzt 7 und 8, funktioniert auch mit 8 und 7. Je nachdem, wie ihr das wollt, dann braucht ihr natürlich noch ein paar Cleanup-Truppen außenrum, um eventuell auch ein Funnel zu machen. Das kommt dann drauf an, immer auf die Base. Hier aber die Truppenkombination. Drei Golems, sieben Hexen, acht Bowler. Man kann natürlich auch die Golems durch Riesen tauschen, um eventuell mehr Bowler und Hexen mitzunehmen. Das ist aber auch Geschmackssache. Hier haben wir jetzt einen Holzwerfer drin, weil einfach so viele Compartments drin sind, dass die Hexen da in die Mitte rein müssen. Und natürlich noch zwei Jump hinten raus und auch noch vier Mauerbrecher. Also hier kann man alles öffnen, wie man will. Man braucht natürlich hier, wenn man, ihr habt ja gerade gesehen, von oben reinkommt, hinten raus den Jump-Zauber, um wieder rauszukommen aus dem mittleren Compartment. Man kann das natürlich hier auch über die Ecken setzen, um da rauszukommen. Das ist abhängig davon, wie ihr in die Base reingeht und wo ihr eure Truppen setzt. Aber wir wollen uns jetzt hier den ersten Fight anschauen. Ganz simpel und easy. Man setzt natürlich Truppen links, Truppen rechts, um erstmal den Funnel auszubilden. Und dann will man ab in die Mitte gehen. Aber ihr seht hier, die Base ist relativ offen. Das heißt, wir können jetzt die Golems vorne wegjagen. Die Hexen sollten natürlich ganzheitlich hier welche sitzen, in der Mitte welche sitzen und außen welche sitzen. Ihr habt gerade gesehen, das hat hier nicht ganz so gut gepasst. Ist aber bei diesem offenen Layout nicht ganz so schlimm. Wichtig ist, dass ihr rechtzeitig den Holzwerfer werft, dass die Truppen auch wirklich in die Mitte gehen. Und deswegen sind hier vier Mauerbrecher mit dabei. Da geht es darum, die erste Mauer zu öffnen, weil der Holzwerfer braucht einen Moment. Und wenn ihr Pech habt, drehen alle Truppen ab. Ihr seht, der King läuft schon nach rechts. Das ist eine Katastrophe. Ihr müsst die Truppen in die Mitte bekommen. Und deswegen sind hier die vier Mauerbrecher mit dabei, um einfach die ersten Layer von Mauern sehr, sehr schnell zu öffnen. Und ihr seht, wie schnell das aufgeht. Das heißt, die Truppen können hier wunderschön in die Mitte rein. Und jetzt hat auch der Holzwerfer hier hinten die Mauern schon aufgemacht. Er braucht nämlich so vier, fünf Hölzer, bis er da durch ist. Und wenn das geschehen ist, dann habt ihr kein Problem mehr. Dann kommt ihr in die Mitte der Base. Und deswegen spielt man hier die Loon. Ach, die Loon zeige ich schon. Die Bauerbrecher vorneweg. Die Loonz hier oben in der Clanburg wurden natürlich hier schön mit einem Gift getroffen. Die Hexen nehmen das raus. Die Golems nehmen den ganzen Schaden auf sich. Und genau so soll es laufen. Ihr seht, die Golems laufen vorneweg. Die Hexen hinterher mit den Bolern. So ist das wunderbar. Ihr braucht hier in dem Fall überhaupt keine Jumpzauber. Einen Heilzauber in der Mitte, um die Truppen da drinnen, weil da richtig viel Beschuss drauf ist, natürlich wieder etwas aufzubessern. Und dann geht es ab. Ihr seht, hier war ein Bowler und ein Riese drin. Der Riese soll auch hier vorne weglaufen. Die Bowler laufen hinterher, nehmen alles raus. Ihr seht, mit dem Heilzauber zusammen sind die da voll dabei, können da alles rausnehmen und werden nicht selber rausgenommen. Sehr, sehr starker Angriff. Man braucht die zwei Jumpzauber gar nicht. Also relativ einfache Angriffstaktik. Wie ihr seht, hier wären noch ein paar Zauber gespeckt. Jetzt geht es weiter. Also ganz easy drei Sterne. Wir haben aber natürlich noch ein, zwei andere Layouts, wo man auch mal schauen wollen, ob das denn da genauso einfach geht. So, also hier. Neues Layout, neues Glück. Gleiche Angriffstaktik. Dasselbe sehen wir auch gleich nochmal mit Riesen, um einfach mal zu schauen, wie wichtig das ist, von welcher Seite wir reingehen und, 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 und. Aber es ist jetzt auch hier die Golems von weg, die Bowler und Hexen hinterher. Auch hier seht ihr wieder, dauert es einen kleinen Moment, bis die erste Mauer auf ist. Deswegen relativ früh die Mauerbrecher spielen, dass die Truppen in die Mitte der Base gehen. Das ist ganz wichtig. Hier natürlich eine sehr kompakte Base. Das ist natürlich ein Traum für einen selber. Nur muss man aufpassen auf den Single-Enfernen und dass er da nicht gleich alles rausnehmt. Ihr seht, deswegen kommt hier der Frostzauber. Ganz wichtig. Helden schützen. King ist nicht ganz so wichtig wie die Queen. Die Queen muss leben, solange wie möglich. Und zündet den King nicht kurz bevor es dem Ende nahe geht. Zündet ihn er. Dann habt ihr viel mehr Spaß dran. Dann können die Helden da wesentlich mehr rausholen. Und hier ganz wichtig. In der Mitte wird der Wutzauber geschmissen auf die Bowler. Und die Bowler holen mit ihrem Bowler-Bounces quasi hinten raus. Noch die Gebäude raus. So muss das laufen. Und da kommt natürlich auch wieder der Heilzauber hin. Sehr schön gespielt. Der Jumpzauber jetzt hier, um hinten ins Kompartment zu kommen. Da auch sehr gut reagiert. So muss das laufen. Wunderbar. Jetzt laufen wir ein bisschen schneller hier. Holen den Rest raus. Ihr seht, jetzt werden die Magier noch gesetzt. Die sollen außen aufräumen, damit die Truppen in der Mitte bleiben. Ganz, ganz wichtig. Der Dribble ist drin. Und jetzt wollen wir uns das gleiche nochmal anschauen. Mit einer klein wenig geänderten Taktik und Vorgehensweise. Kriegen wir da auch die drei Sterne hin. Ich bin gespannt. Ihr seid gespannt. Wir schauen uns uns einfach mal zusammen an. Ich habe euch gerade gesagt, das kann man auch alles mit Riesen spielen. Ihr seht, wir haben ja acht Riesen dabei. Acht Hexen und 17 Bowler. Das geht natürlich ganz einfach, weil wir keine Clean-Up-Truppen dabei haben. Wir haben keine Mauerbrecher dabei. Und wir haben nicht drei Golems dabei, die alleine schon 90 Truppenplätze wegnehmen. Die acht Riesen nehmen nur 40 weg. Das heißt, wir haben 50 Plätze mehr, die wir hier voll machen können. Plus die ganzen kleinen Truppen, die wir eben gesehen haben, die wir hier jetzt nicht dabei haben. Und wir nehmen eine Ramme, um einfach wesentlich schneller in die Base reinzukommen. Und eine Ramme hält auch wesentlich mehr auf. Ihr seht, auch hier werden wieder die Riesen außen gesetzt. Und natürlich schön in der Mitte, dass dann die Hexen und die Bowler schön geschützt werden. Ein paar Bowler links, ein paar Bowler rechts. Und wenn dann die Base offen ist, dann kommen erst die Helden. Die sollen da rein. Die restlichen Bowler sollen hier natürlich mit in die Mitte. Und mit der Ramme vorne weg. Die geht da natürlich steil durch. Die kann nochmal ein paar Schüsse von der Queen ab. Da geht es wirklich darum, die Ramme in die Mitte zu bekommen. Und die Ramme geht da ohne Probleme durch. Wie Butter mit dem Holzwerfer dauert das immer so ein bisschen länger. Deswegen hat man sich hier für die Ramme entschieden, um einfach schneller reinzukommen. Weil wir ja schnelle Truppen mit dabei haben. Die Bowler, die dann auch natürlich richtig abgehen, wenn man die in den Wut fasst. Und deswegen hat man hier die Ramme genommen. Anstatt den Holzwerfer. Man kann natürlich auch den Holzwerfer nehmen. Muss man hier auch wieder für die ersten Mauer einen Mauerbrecher mitnehmen, um reinzukommen. Dann braucht man vielleicht ein, zwei Bowler weniger. Hätte hier in dem Fall auch nichts gemacht. Und auch hier hat man wieder einen Jump dabei, um hinten raus zu gehen. Jetzt wieder den Wut und den Heilzauber. Natürlich, ihr seht es gleich, in der Mitte spielen. Sehr schön gemacht. Aufpassen wir auch hier wieder auf den Single-Inferno. Aber da haben wir keine Probleme. Alles raus. Und ihr seht es, die Truppen laufen wunderschön zusammen in die Base. Die Queen natürlich wieder außenrum. Ist ein bisschen ärgerlich. Man hätte hier eventuell ein paar Bowler außen setzen können, um hier einfach das Compartment rauszunehmen. Dann wäre die Queen sicherlich mit in die Mitte rein. Ist hier in dem Fall nicht ganz wichtig. Aber wäre hinten raus definitiv schöner gewesen, um hier alles durchzukriegen. Alles in die Mitte zu haben. Jetzt seht ihr, jetzt läuft die Queen wieder wunderschön in der Mitte lang. Holt da alles raus. Ein paar Bowler außenrum. Jetzt werden wir noch bei Truppen außen gesetzt. Das ist auch wichtig. Nehmt ein paar Truppen mit zum Clean-Up. Ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn ihr irgendwelche Bauhütten außen an der Ecke sitzen habt. Hier ist jetzt nicht mehr viel übrig. Also, was haben wir hier ein bisschen anders gemacht? Weniger Truppen, die vorne weglaufen und tanken. Das heißt, wir brauchen natürlich hinten raus die Zauber. Die müssen passen, um einfach dann wirklich die Hexen, die Bowler zu schützen. Um schnell durch die Mitte zu gehen. Und deswegen werden auch die Wut-Zauber in der Mitte gesetzt. Der Heil-Zauber wird in der Mitte gesetzt. Damit die Truppen da sehr, sehr schnell durchgehen. Bei Rathaus-10-Layouts sind meistens alle Verteidigungen in der Mitte. Deswegen muss man sich da richtig schnell durchboxen, um einfach die Truppen am Leben zu halten. Ganz, ganz wichtig. Einen haben wir noch. Den schauen wir uns jetzt noch an. Jetzt haben wir hier ein Rathaus-11. Ihr seht es. Aber lasst euch nicht täuschen. Hier ist zwar ein Adler mit dabei, aber den kann man relativ schnell rausholen. Und der Rest ist noch auf Rathaus-10-Niveau. Deswegen habe ich mir das ausgesucht. Und vor allen Dingen reiben wir hier mit einem 10er, einem 11er an. Auch das funktioniert. Hier haben wir die Riesen-Hexen-Bowler-Taktik. Also viele, viele Bowler mit dabei. Wir schauen jetzt mal hier. Er setzt wunderschön in einer Reihe alle Riesen. Wenn ihr das mit Golems spielt, dann setzt ihr einen Golem links, einen in der Mitte und einen rechts. Danach kommen dann die Hexen. Auch hier wieder. Wunderschön in einer Reihe. Ihr müsst sehen, dass ihr hier schnellstmöglich diese ganzen Gebäude, die außen rumstehen, die eigentlich nur eure Truppen wegziehen sollen, so schnell wie möglich rausbekommt. Deswegen die Hexen rein. Und danach seht ihr drei Bowler links, drei Bowler rechts. Wenn ihr mit Golems spielt, wie gesagt, ein Golem links, ein Golem rechts, ein Golem in der Mitte. Und auch hier wieder die Bowler außen setzen, damit aufgeräumt wird, damit dann gleich alles in die Mitte geht. Jetzt kommt die Ramme. Die Ramme soll hier den Weg in die Mitte öffnen. Die Gebäude außenrum waren alle weg. Das heißt, die Bowler und auch die Helden laufen jetzt hier zu den nächsten Gebäuden in der Mitte. Das heißt, die Ramme macht auf. Die Helden und die Bowler gehen hinterher. Die Bowler hier außen können hier die drei Gebäude rausholen. Und auf der anderen Seite natürlich genau dasselbe. Und deswegen gehen alle Truppen in die Mitte. Ihr müsst jetzt hier nur auf den Single-Inferno achten, der hier auf die Ramme ist. Das heißt, da kommt gleich ein Frostzauber drauf. Weil ihr müsst, wie gesagt, sehr, sehr schnell in die Mitte gehen. Jetzt seht ihr hier, die meisten Truppen laufen rein. Und darauf kommt es an. Der erste Heilzauber wird hier außen gespielt, um hier gegen die Clanburg vorzugehen. Natürlich einen Wut drauf. Die Clanburg mit Gift versehen. Und dann geht das ab. Der King läuft hier etwas außen rum. Kann dann durch die Queen aber rausnehmen. Die Bowler in der Mitte unter Wut, unter den Heilzauber werden wieder aufgepimpt und haben hier richtig schnell richtig viele Gebäude rausgenommen. Ihr seht, wie die Bowler-Bouncers hier richtig geil durchgehen. Auch Lager sind mit einmal Bowler-Bouncers, wenn es genug Bowler sind, rausgenommen. Und die Gebäude dahinter auch. Sehr, sehr schön, wie das funktioniert. Und da werden auch sehr schnell in der Mitte aufgeräumt. Und ihr seht, die Hauptverteidigungen sind alle raus. So schnell geht das. Und deswegen kann man auch mal mit einem Rathaus-10er einen Elfer angreifen, wenn man das richtig gut hinkriegt. Wie gesagt, räumt die Seiten so auf, dass eure Truppen da wirklich sehr schön in die Mitte reingehen. Es ist wichtig, dass so viele wie mögliche Truppen in die Mitte gehen. Ein paar sollen außen rumlaufen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das muss auch sein. Die müssen aufräumen, damit ihr es zeitlich auch hinbekommt. Aber auch die Zeit sollte im Normalfall gar kein Problem sein. Denn wichtig ist, cleart die Seite, räumt die Seite auf, dass alles in die Mitte läuft. Und wenn das funktioniert, dann verspreche ich euch eins. Dreier, Dreier, Dreier. Und ihr seht, man kann auch ein Rathaus höher trippeln ohne Probleme. Also das soll es jetzt hier erstmal gewesen sein von Rathaus-10-Hexenangriffen. Auch mal auf eine Rathaus-Elf. Die Semper Family und ich, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Hoffen, dass ihr was gelernt habt. Und wir sehen uns dann definitiv wieder im nächsten Video. Also bis bald. Und wir sehen uns dann.